Musik Seit 17 Jahren leuchtet hoch über Mengers Kirschen der Hallesche Komet. Im Jahr 2014 hatten einige Sänger des MGV Freude, angetrieben von Willi Halle, die Idee, einen Kometen zu bauen und diesen über Mengers Kirschen leuchten zu lassen. Da sich der MGV Freude schon seit vielen Jahren um die Instandhaltung von Baums Kreuz kümmert, war auch schnell ein Platz dafür gefunden. Dieses Kreuz aus Gusseisen wurde 1870-71 im Gedenken an zwei im deutsch-französischen Krieg gefallene Soldaten errichtet. So bauten dann einige Mitglieder unter Anleitung von Willi Halle, daher der Name des Sterns, diesen Kometen, der mit Leuchtmittel versehen seit 2014, nun im Advent, bis zum Fest der Erscheinung des Herrn über Mengers Kirschen leuchtet. In diesem Jahr wurde der Stern erneuert. Dies war nötig, da der Alte in die Jahre gekommen war. Durch Spenden von Privatpersonen und Unterstützung der Gemeinde Mengers Kirschen sowie der Bereitstellung der Werkstatt durch Thomas Einig ist ein Neubau möglich gemacht worden. Diesen Neubau unternahmen auch diesmal die Sänger des MGV Freude. Nun erfreut auch in diesem Jahr wieder der Stern über Mengers Kirschen uns alle. In all den Jahren ist bei Glühwein und vorweihnachtlicher Musik der Zimbergmusikanten schnell adventliche Stimmung aufgekommen. Leider konnten diese Treffen unter dem Stern coronabedingt in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden. Der MGV Freude hofft, dass im nächsten Jahr wieder Treffen unter dem Stern zusammen mit den Zimbergmusikanten möglich sein werden. Ihnen allen noch eine schöne Adventszeit mit freudigen Erwartungen auf Weihnachten. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Untertitelung des ZDF, 2020